ok liebe leute damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen episode von transport fifa und heute bauen wir unsere hochbahn aus ich hab das ja letztes mal ganz kurz schon angeteasert mit diesem bahnhof hier und heute bauen wir mal die strecke und ich zeige euch hier mal die anderen ich glaube das war hier ja genau die unterschiedlichen ohne für dich also gibt sind nämlich noch einige zum beispiel auch weichen offen wir durch zum beispiel von zwei auf dreigleisig zwei weichen kreuz für dich noch ganz praktisch das könnten wir könnten wir eigentlich quartierplatz sind aber da hat es jetzt gott kein platz das heißt wir werden jetzt mal mit den gleisen weiterfahren ähm wenn ich sie danach finden würde und kann das jetzt die gleise hier na das waren ganz leicht andere metro gleise ich habe sie vorher noch gehabt oder wann ist doch die die sind ganz leicht anders ok das ist mir ganz strange der die ganze zeit hört es im hintergrund der ist immer sehr mittags bedürftig und vor allem immer dann wenn ich eine aufnahme macht ok wir machen das hier alles nach wie von gerade ich sage ungefähr bis hier hin die werden wir auch das mal kurz ändern ok jetzt hier das ist warum sieht das so anders aus U-Bahn 80 oh nö jetzt hier da ist da der anschluss anders ja ist auch egal ähm aber wir haben jetzt hier eine bodentextur die ich jetzt nicht so gut finde das aber nochmal abreißen mal kurz gucken mal kurz gucken man kann nämlich hier einstellen straßen nein straßen oh hier kann das doch tatsächlich nicht anpassen das ging zumindestens äh beim Bahnhof ok was haben wir hier noch Hochbahnbrücke Bauassets ah das wäre wenn es so drüber gehen würde ah ich versteh nice kann ich hier auch kurven machen ne ne schade äh dann haben wir hier eine kehre schauen wir uns das mal ganz kurz an aber inwiefern eine kehre hier ach so quasi da mit dem dritten Gleis hier drin und kehre schnell bauen hier unten und das wäre das universelle Depot das ist der große hier kann man den mal ganz kurz platzieren dann schauen wir uns den mal an ok vier Gleise cool das werden wir aber jetzt im Moment erstmal noch nicht brauchen den würde ich gerne nochmal bauen und Bahnhof der Hochbahn zwei Gleise fiktiv fiktiv Längen von stellbar äh schauen wir uns die ok alternativ Glas ok AG Dach originales Dach und auch hier mit vier Gleisen 3 und 2 und nur den hier ok den bauen wir mal als nächstes und äh Stationsschilder habe ich glaube ich S-Bahn gemacht hier gell ja S-Bahn ok die Höhe von dem 11 Meter das müsste passen ja sind 11 Meter dich bauma dich bauma dich bauma ich glaube es macht nicht so viel Sinn wenn man das da rechts von dieser Tram Linie machen sondern irgendwie hier so das heißt ich muss hier die Straße anpassen gibts dich mit Straße parallel 2 nö die Konfiguration finde ich so bissl doof kleines Dach kleines Dach großes Dach ja und hier habe ich wieder die Bodentexturen wo die Leute dann reingehen ich glaube ja Heispiele mit dem Autosave wir werden mal den ganzen Geschmühl hier abreißen und dann schauen wir mal ob ich das da so rein kriege ab wann ist hier der Anschluss zur Straße oder bis ich sage auf welcher Seite ich sehe es gerade nicht ah da vorne ok ah und ich kriege auch so den Anschluss hin alles klar ich hätte es aber trotzdem hier gern irgendwie mittig so alles klar schauen wir uns erstmal kurz an ja ok jetzt haben wir hier natürlich kein Slope drin wir haben das ein bisschen anpassen müssen hier ich denke mal so im Detail sieht man es dann eh auch nicht also wenn wir hier noch mit einer kleinen Straße fahren bitte es geht nicht ich sage einfach kein Trammgleis oh ja das geht perfekt ok liebe Freunde ich werde jetzt mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen für euch ist noch ein Schnitt aber ich muss mich ganz kurz an die Katze kümmern weil es ist aber schon nervig wenn da die ganze Zeit gemauzt wird also bis gleich ok na bin ich wieder jetzt sind meine Katzen rausgesperrt ähm jetzt werden wir das ganze hier mal verbinden ich hoffe das kommt gut äh vielleicht macht es Sinn was macht er wenn ich jetzt den hier mache nö das wäre dann eine Kurve in eine Kurve das möchte ich nicht haben das heißt wir fahren jetzt hier erstmal noch ein bisschen gerade ganz so steil nach unten muss jetzt hier erstmal nicht gehen machen wir einmal so und einmal so kommt einmal snappen hier hier wäre es dann wieder gescheit wenn wir das dann so machen wieder innenwiegend genau und da einmal so bitteschön nice sieht das jetzt dämlich aus nö eigentlich gar nicht einmal ok wir könnten jetzt nur hier ich würde gerne mit denen hier ein bisschen abwechseln dass es so links und rechts ist ok ich denke mal da bin jetzt erstmal na hopp machen wir das kleine Ding hier und die Schleife da so gleichmäßig irgendwie abgenutzt werden ok passt und als nächstes ich würde noch gerne das irgendwo mit der Kreuzung noch machen also nochmal und das mit dem dritten Gleis das ist glaube ich werter und kehre auf dem Hochtepot ähm das könnte man oh spiel komm jetzt ach diese Nachdenkpausen jedes mal äh Straßen brauchen wir schon mal nein bitte nicht Straßenbahngleise nein U-Bahn ok wie sieht das aus ach so na das ist jetzt gar nicht mal so schlau was wir da jetzt machen immer schön dass da die Signale sind wir brauchen 2 auf 3 Gleise so und das bitte mal seh ohne boah das ist wieder eine blöde gute Textur hier es wird hier geil ausschauen Kollision mit der Straße zwei Gebäude werden entfernt wo wir das trotzdem bauen das wäre natürlich schon eine Option ach wisst du was wir werden jetzt erstmal hier nochmal gerade raus fahren bitte nicht verbessern oh ne bitte nicht bitte sag mir das ist jetzt nicht nein das ist hier nicht hoch genug das heißt ich muss hier mit dem Boden erstmal runter äh ok dann werden wir das hier jetzt alles mal abreißen mal schauen ob das vielleicht schon gereicht hat oh yes das hat's ähm komm spiel wenn ich irgendwie na komm ich wäre ja froh wenn es nicht allzu steil wird aber wir müssen ja hier sowieso nach oben wie viel Luft haben wir denn wenn wir hier oben sind ahhh nicht allzu viel wisst du was das mit dem Depot Gleis das machen wir irgendwo hier und dann können wir hier gerade noch raus fahren und machen hier wieder den Schwenk rüber ok ja ich würde sagen ich mache das mal in der Zeitraffer weil das Bauen ist sonst glaube ich ein bisschen langweilig und dann schauen wir uns die fertige Hochbahn an wenn sie fertig ist also bis gleich ok liebe Leute die Stadtbahn bzw. die Hochbahn ist jetzt fertig und ich habe jetzt knapp anderthalb Stunden für das gebraucht für den Kreis da ähm sehr viel Zeit hat mir der Bereich hier gekostet denn hier hat es den Hügel gegeben der was jetzt hier noch zum Teil da hinten da ist und der Bahnhof wäre dann halt recht hoch gewesen und das hätte dann nicht geil ausgeschaut ich bin dann hergegangen habe hier knapp die ganze Stadt abgerissen habe hier alles flach gemacht bis halt da hinten man sieht es hier noch leicht und habe dann hier den Bahnhof platziert damit es hier ordentlich aussieht und es sind auch schon wieder ein paar Häuser da habe dann hier noch ein paar Straßen gezogen und ja schauen wir es uns mal im Detail an also das hier hinten habt ihr ja noch gesehen und ja dann machen wir hier eine schöne Kurve vorne rein in den Bahnhof hier wo es hier wieder auseinander geht und äh hier habe ich ein kleines äh Gleis hingebaut wo ein Verstärker zum Beispiel hier parken kann hier das dritte Gleis kann hier von beiden Seiten hier rein kann da stehen das ist auch ein Haltepunkt und dann geht es dann hier wieder weiter auf der Hauptstrecke die Linie hier geht ins Depot das schauen wir uns dann gleich an machen die Kurve nach unten und dann habe ich hier noch das Asset gefunden mit dem Haus wo hier die Hochbahn durchgeht ja man dachte das sieht doch ganz cool aus das klatschen wir hier mal rein hier der nächste Bahnhof wieder ähnlich wie der beim Hauptbahnhof nicht ganz besonders machen dann hier eine große Kurve und gehen dann hier in der Geraden wieder in den ersten Bahnhof rein ja und wer wisst die ganzen Pfeiler hier das sind alles manuelle Assets und am Anfang dachte ich ich zeige es euch mal ganz kurz Hochbahn das hier das sind ja diese freien Assets wir machen hier mal die Straße kurz weg nein dachte ich ich muss die alle hier so manuell platzieren und das habe ich auch ein paar Jahre dann gemacht dass ich dann die da unten so halbwegs schön hier hin platziere damit das gut aussieht ich habe aber gemerkt von denen gibt es noch ein zweites Asset und zwar eins des Net jetzt schau ich mal wo ich das finde ich glaube wie er duckt war das war das das hier ich glaube das ist ach doch das ist schon das wie ihr seht wenn man es dann von der Höhe einmal richtig eingestellt hat da kann man das bei der Schiene snappen und den Boden tun wir nicht angleichen und anmalen und so kann man dann ganz fein hier die Pfeiler platzieren das geht dann wesentlich schneller als wie die manuelle Variante hier in dem Container drin geben natürlich dann noch die die Varianten mit der S-Bahn wo dann hier die Geschäfte noch darunter wären aber ich bin jetzt hier mit dem hier gefahren also der U2 Typ hier jetzt habe ich mir da was angeklickt was das Spiel wieder nicht mag das müssen wir wieder warten komm Spiel ich will nichts bauen ich verspreche es komm, geh weg okay perfekt nix, geh weg ich muss irgendwie was anderes wieder anklicken okay, cool soweit es mal zu dem ich habe zwei Linien eingerichtet DS1 und DS2 also einmal im Uhrzeigersinn einmal gegen den Uhrzeigersinn und jetzt schauen wir uns mal das Depot an das ist hier hinten da geht es hier dann langsam nach unten und ja das ist überschaubar das teilt sich hier so auf und habe hier ein paar Assets von der Londoner U-Bahn hingestellt D-Stock, C-Stock etc. alles was so rumgefahren wobei die hier, die fahren mittlerweile nicht mehr ein Teil davon wurde jetzt verschrottet vom D-Stock und ein paar werden als Akkumulatoren-Züge umgebaut und auf der Isle of Wight sind jetzt dann mitunter unterwegs in Refurbishment hier haben wir eine Waschanlage hier haben wir so einen Pit, wo man unten reingehen kann Klasen und 8 Junter zum Rangieren und hat hier Depots, wo man dann hier reinfahren kann zum Warten und hat hier ein bisschen allgemein Klatterzeug so ein Parkplatz, ein Stellwerk ja, Lager-Ding ist jetzt allzu viel ausdetailliert aber ich denke es ist weitestgehend nachvollziehbar und ich würde sagen, wir schicken jetzt mal hier ein paar Loks raus äh, jetzt muss ich nochmal kurz kücken Zugdepot eins von denen, sagen wir mal Fahrzeug kaufen ich möchte da gern unterschiedliche Sachen jetzt drauf haben ähm, geil, jetzt kommen wieder die Flieger hier äh, London Underground A-Stock D-Stock ähm, ich würde sagen sicherlich einmal ein A-Stock dann und ein D-Stock erstmal Hß mal machen was jetzt was 1972 Stock Bakerloo 1972 komment kaufen und 1973 ... Das sind 21 Millionen, ja, das ist ein bisschen teuer, aber jetzt habe ich kein Geld mehr. 15 Millionen, C-Stock, was war das, das war C-Stock hier, gell, einmal, 16 Millionen, komm, ein bisschen Kredit geht hier noch, äh, dann haben wir jetzt hier 4. Gut, die ersten beiden schicken wir mal hier auf die S1, die beiden auf die S2. Cool, dann schauen wir uns das mal an, ich hoffe, die kommen jetzt nicht auf dem besetzten Gleis raus, ja, natürlich. Boing, Gleisi. Boing. Nice. Okay, dann schauen wir uns das mal an, wenn die dann hier draußen sind. Na, da kommen noch ein bisschen Vorspulen. Aber auf die S-Bahn. Fangen wir mit dem doch gerade mal mit. Die erste Mitfahrt auf der Strecke. Jetzt haben wir dafür Kamerlewinkel. Ja, nur den einen hier, schade. Ja, das ist schön. Ah, lass mich wieder nach vorne hier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er jetzt nach links oder gleich nach rechts fahrt. Ja, Autosave. Jedes Mal. Ja, links, rechts. Ah, okay. Wir fahren rechts. Einmal im Uhrzeigersinn. Und Einfahrt in den Bahnhof. Nice. Es blinkt sogar, dass wir jetzt hier reinfahren. Wir müssen mal ganz kurz angucken, ob sich das jetzt anpasst, wenn der jetzt hier wegfährt. Oder ob das jetzt Dauerblinken ist. Ah, ich glaube, das ist Dauerblinken hier. Auf der anderen Seite. Ne. Uh, nein. In zwei Minuten. Ich meine, die Zielerzeige stimmt nicht ganz. Hier werde ich nämlich extra noch die richtige hin platziert. Eine Minute hier. Naja, was soll's. Jetzt warten wir nochmal auf die anderen hier. Was haben wir hier? Schauen Sie sich mal an. D-Stock. Wow. Sehr schön. Passt du auch auf die Plattform? Das müsste eigentlich ganz gut passen hier. Ja, sehr gut. Der Rest. Schauen wir uns mal dich an. Oh. Bei dir stimmt was hier mit der Grafik nicht. Ähm. Ne, das ist überhaupt nicht gut. Vielleicht werden wir uns dann grad mal austauschen. Ah, scheiße. Ich hab grad Geld dafür. Ähm. Was wär's denn gewesen? Ein anderen 1972 Stock. Schauen wir mal. MK1. Million. Doppeltraktion. Kann ich mir ein bisschen was leisten? Ja Gott. Okay. Dann haben wir da leider ein Modell, was bisschen kaputt ist. Doppeltraktion raus. In Doppeltraktion raus. Du müsstest jetzt eigentlich nach links fahren. Ja. Tut er auch. Und was sagt der Bahnhof jetzt dazu? Bei der Anzeige. Na? Ah, ich wünschte man könnte ein bisschen feiner zoomen. Das wär noch... Das wär hitverdächtig. In einer Minute. Ja, stimmt aber nicht ganz. Ich glaub das ist ein bisschen random hier. So, derlei. So, der macht den Abflug und dann haben wir den letzten hier noch. So, mit dem werden wir jetzt in den Bahnhof reinfahren. Und dann machen wir eine komplette Runde. Müssen wir nur den Kollegen hier vorbeilassen. Oh, ich freu mich schon so. Wunderbar. Einfahren in den Bahnhof. Hätte ich dann auch Bock das ein bisschen zu erweitern, wenn die Stadt dann weiter geht. Und dann vielleicht mit ein paar mehr Bahnhöfen experimentieren. Oh, moin. Oh, da kommen wir auch schon gut Leute. Sehr gut. Muss man dann später mal das von der Emission an sehen. Wie das ist, wenn wir jetzt hier oben sind. Na? Fangen wir wieder. Ja, Abfahrt. Da kommt unser D-Stock Train wieder. Bis wir eigentlich eine sehr gute Frequenz haben, nachdem die Strecke nicht sehr lang ist. Und jetzt geht's nach links, nach unten. Zu unserem Haus. Boah, in dem Haus möchte ich auch nicht wohnen. Das muss ja echt laut sein, wenn der jedes Mal hier so eine U-Bahn durchfährt oder S-Bahn. Aber sieht noch cool aus. Beispiel noch passende Häuser links und rechts. Und hier sollen die bald immer hier die Häuser hinten klatschen, damit hier was los ist. Ja, die werden halt überhaupt nicht ausgelastet sein jetzt am Anfang. Ich meine, 238 Leute passen da rein. Da braucht es echt noch ein bisschen was. Kommt der nächste. Ich glaube, wir tun noch mal ein bisschen schneller. Da wirkt es auch ein bisschen schneller. Na gut, was machen wir hier? 65. Wird schon realistisch sein. Da wird das nicht gehen. Ey, unser Abbahnhof. Moin. Oh, da ist gut was los hier. Moin. Oh, laut hier. Immer eine geile Signalflüge. Und der letzte Bahnhof. Ganz gut hoch ist er hier. Oh, da hat Stausee ich gerade. Jetzt sollte man es vielleicht gerade noch mal angucken, was hier los ist. Oh no. Jetzt bau nicht mehr da unten rein. Fuck. Das muss man beheben. Und der letzte Bahnhof. Oh, das geht schon mal gar nicht. Tun wir hier mal Pause machen. Also, der Baum. Der muss hier weg. Das geht gar nicht. Und wo ist das Haus jetzt? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Du musst hier weg. Das passt leider nicht. Kann ich da irgendwas platzieren, dass du mir da nicht mehr wieder ein Haus hinbaust? Ähm. Oh, komm jetzt. Ähm. Ich setze einfach mal den jetzt hin. Steht jetzt einfach mal so. Okay. Und warum haben wir hier Stau? Die stehen alle hier. Was ist mit euch los? Ach so. Wegen dem Bahnübergang da unten. Ihr kommt jetzt da nicht weiter. Vielleicht lasse ich die irgendwie so fahren. Das, glaube ich, macht mehr Sinn. Also, sprich, äh, Werkzeug, Straßenbahn, hier so drauf. Und machen sie da weg. So. So. Was ist das für ein Problem? Eine Tram hat er jetzt ein Problem. Ach so, ja. Ah, die hat er jetzt natürlich nicht zurückgesetzt. Äh. Machen wir das schnell so, dass die hier so eine Schleife haben. Ach so. Oberleitung wäre natürlich noch von Vorteil. Okay. Dann fahren die dann hier so rauf. Da oben rein. Und dann hier wieder rauf. Damit sie dann hier bei dem Tramgleis runterkommen. Da wird auch wieder fleißig gebaut hier. Alter, was ein Megastau. Eigentlich. Liebe Jungs. Ihr könnt's eigentlich grad da so. Direkt so drüber düsen. Dann braucht's eigentlich gar nicht da runter. Das ist ein bisschen sinnbefreit hier. Macht sie das dann auch? Fasst du jetzt dann hier gerade aus? Ja. Ja. Machen's. Okay. Der muss dann halt noch wenden. Dann passt das. Okay. Ja, das wäre Projekt Hochbahn. Hat viel zu lange gedauert. Zu bauen. Aber gefällt mir. Könnte ein bisschen größer werden. Mal schauen, was wir jetzt als nächstes bauen. Und ich bin mal gespannt, wie Gestach jetzt wachsen wird. Nachdem da jetzt quasi alles beliefert wird. Ich meine, die Diagramme sind am explodieren. Aber so muss das sein. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Kommentar da. Oder ein Like. Oder vielleicht sogar ein Abo. Und wenn ihr Bock habt, kommt auf unser Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Bis denn dann.